Hallo, in diesem Video möchte ich euch erklären, was der Thunfisch-Dosenfaktor ist. Da die weltweiten Thunfischbestände immer weiter zurückgehen, ist der Thunfisch ein werthaltiges Lebensmittel. Dies liegt vor allem daran, dass eine Dose Thunfisch bis zu 100 Jahre haltbar sein kann, wenn man diese richtig lagert. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, dass der Thunfisch eine Wertanlage ist. Michael Rehberger hat in seinem Buch den Thunfisch-Dosenfaktor entwickelt, um Wertanlagen im Hinblick auf ihre Zukunftssicherheit zu klassifizieren. Bei ihm kommen Gold auf 3,5 Thunfisch-Dosen, Edelholz auf 6 Thunfisch-Dosen und Finanzwetten nur auf eine Thunfisch-Dose. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Beitrag ein wenig Wissen unterbreiten und würde mich sehr über ein Like freuen. Abonniert auch meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos von mir sofort erhaltet. Bis bald!